Sechs Wochen nach seinem schweren Unfall ist Vincent Schürgen wieder wohl auf den Beinen und steht neben mir zwar nicht im Sattel, aber dafür als Besucher begleitest du deinen Bruder und Vater mit. Vielleicht noch einmal, ja wollen wir einmal zurückblicken. Erste Frage, wie geht es dir denn nach diesem schweren Unfall? Soweit geht es mir ganz gut. Also ich habe sehr viel Glück gehabt bei dem Sturz und im Moment geht es. Geht heißt, wie lange warst du im Krankenhaus? Man muss ja sagen, wenn wir uns mal erinnern wollen, ganz schwerer, übler Sturz mit sehr viel Glück, Schädelbasisbruch und was war noch dabei? Noch eine Felsenbeinfraktur und noch mehrere Blutungen im Kopf. Vincent, das hört sich ganz, ganz schrecklich an. Umso erstaunlicher und toll, dass du hier schon wieder so fit stehst. Eine Woche Krankenhausaufenthalt war dabei. Wie ging es dann zu Hause weiter? Ja genau, also ich bin ein bisschen mehr als eine Woche im Krankenhaus geblieben. Dann durfte ich wieder nach Hause, wo ich mich lange ausgeruht habe und so gut es ging, nichts gemacht habe. Und jetzt gehe ich im Moment zur Reha und versuche wieder langsam fit zu werden. Reha ist ja immer auch ein langsames, mühsames Programm, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, damit du nachher vollkommen genesen bist. Wie sieht dein Reha-Alltag aus momentan? Also ich mache ganz leicht Sport, um wieder ein bisschen Konditionen zu bekommen und fit zu werden. Und dann gehören dazu noch so ein paar Denkaufgaben oder Gedächtnisaufgaben, wo die gucken, ob ich noch ganz normal denken kann. Du kannst so ganz normal Interviews geben, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Und jetzt begleitest du deinen Vater und Bruder mit auf die Rennbahn. Gibst du da schon mal die ein oder anderen Tipps wieder oder die Kessensprüche oder sagst du, was deinen Bruder falsch oder richtig macht? Nö, also er weiß ja Bescheid, deswegen ist alles beim Alten. Er hat ja eine tolle Rede auf dich gehalten in Baden-Baden bei der Champions-Ehrung, die du leider verpasst hast. Aber du hast die Rede ins Krankenhaus gespielt bekommen. Ende Februar, also alle Amateure gehen nach außen, außer einer. Er ging an den Inrails. Ich habe schon gedacht, was für das jetzt. Ich habe gedacht, bitte, bitte, bitte vor dem Schlussbogen zieh nach außen zu den anderen. Aber er war unbeirrt. Er hat nicht einmal rübergeguckt und ist einfach innen geblieben. Ich habe schon mit dem Kopf geschüttelt und nach unten geguckt. Er hat gesagt, nee, nicht dem ersten Figentri-Ritt, nicht so beginnt, nicht schon auffallen, weil er hatte auch einen riesen Außenseiter. Auf dem Papier hat das Fett eigentlich gar keine Chance. Ja, und als sie in die Gerade kamen, war auf einmal fünf Längen in Front, die er natürlich im Bogen geklaut hatte. Und als ich gemerkt habe, so schnell werden die anderen gar nicht, habe ich mitgefinisht, als er durchs Ziel war und mit kurzem Kopf gegen die Weltmeister Florenghi und Jean-Philippe Borgantier gewonnen hatte, war ich einfach nur sprachlos. Weil ich weiß, ich hätte mit diesem Pferd nicht gewonnen und wahrscheinlich auch niemand anders. Wie war das für dich, als du deinen Bruder reden hast, hören mit diesen schönen Worten diese Lobeshymne auf dich? Ja, genau. Ich habe mir die Rede öfters angeguckt. Ich fand sie sehr, sehr gut und ja, ich bin sehr dankbar, dass er sie noch gehalten hat. Und im nächsten Jahr oder die kommenden Jahre hast du dann dein Ziel, selber mal auf der Bühne wieder zu stehen und den Preis dann persönlich entgegennehmen zu können? Ja, also es wäre sehr schön, wenn ich da mal dabei stehen kann. Was sagen die Ärzte? Wie lange wird es dauern? Was ist dein Masterplan? Also ich habe noch Sportverbot. Deswegen denke ich, dass ich so in zwei Monaten wieder komplett Sport machen darf und hoffe, dass ich dann so in gut drei Monaten wieder reiten kann. In drei Monaten, wenn wir jetzt mal weiterdenken, dann wird das sein so September, Oktober. Gibt es irgendein Rennen, wo du gerne wieder dabei sein möchtest? Irgendwas, so ein Ziel, was du dir gesteckt hast? Auch das ist ja für Sportler auch wichtig, ein Ziel zu haben. Ja, also ein genaues Ziel habe ich mir noch nicht gesteckt und je nachdem, wie alles verheilt, entscheide ich dann. Super, vielen Dank, Vincent, für das Interview und ich bin sicher, dieser Mann ist so stark in den jungen Jahren, den werden wir schnell zurück im Sattel sehen und wünschen. Dafür dir alles Gute und weiterhin eine erfolgreiche Genesung.